So Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von The Battle Cats. Ich bin gerade noch am studieren, weil ich würde gerne mal die Tin Cat reinnehmen. Die sieht sehr, sehr interessant aus und ich bin gerade am gucken, welche Katze wir aussortieren. Und ich vermute mal, das wird die Titan Cat sein, weil die braucht 1.950. Das ist einfach too much, viel too much. Hier ist die Tin Cat, kostet 500. Nehmen wir uns rein und dann schauen wir mal, was die kann. Die soll gegen schwarze Gegner wohl gut sein, aber schwarze Gegner habe ich ehrlich gesagt noch länger nicht gesehen. Ja, länger, länger. Das muss echt länger sein. So, wir sind in Russland angekommen. Los geht's. Gucken wir mal, ob wir die Russen schön versohlen können. Vielleicht haben die ein bisschen Wodka gesoffen und denen dementsprechend schmerzunempfindlicher. So, Matryoshka ist da. Die hat 8.000 Leben. Und Gegner kommen schon mal raus. Wir schicken natürlich schon mal auch erstmal die ersten los. So, dann machen wir unseren Wallet mal ein bisschen besser. So, da kommt schon das erste rote Häschen. Das ist schlecht. Das wird jetzt erstmal gefisst, ey. Ich muss den Piraten losschicken. Ich muss den Piraten losschicken. Jetzt kann ich ihn schicken. Mann, Mann, Mann. Das hat auch ein bisschen gedauert, ey. Ah, koch dir mal die Zähne an von dem Eischöhnchen. Die sind unfassbar heftig. So, komm, Pirat. Komm, Pirat. Komm, Pirat. Komm, komm. Ah, der schlägt es auf jeden Fall zurück. Ihr seht's. Das Ding fliegt richtig weg und ist direkt tot. Das ist perfekt, ey. Das ist perfekt. Jawohl. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Und da kommen die blöden Pinguine. Meinen die damit die schwarzen Gegner? Ich hab keine Ahnung. Wir schicken die Katze mal los. Mal gucken, was die kann. Wir testen die mal aus, Leute. Wir testen die mal aus. Wo ist sie? Da hinten. Die ist sehr langsam. Unglaublich langsam ist sie. So, jetzt würde ich gerne mal gleich ein Zombie machen. Ich würde gerne einen anderen Zombie weiterschicken, Leute. Dafür müssen wir aber noch echt sehr viel sparen, ey. Aber jetzt. Jetzt können wir noch schießen. Perfekt. So, jetzt wird jetzt mal die... Oh, wow, 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 wow. Ich brauch... Ich brauch den Piraten, Leute. Ich brauch den Piraten. Wo bleiben die? Wo bleiben die? Sehr gut, ey. Das läuft wie geschmiert. Das läuft wirklich wie geschmiert gerade. Komm schon. Die Roten muss man doch irgendwie schaffen. Und das geht doch besser. Das geht besser. Das muss besser funktionieren. Oh, ja, ja, ja. Wo ist die? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, Mann. Das ist unfassbar starke. Jetzt ist es platt. Nice. Gut. Das sieht gut aus. Ja. Ja, ja, ja. Perfekt, ey. Perfekt. Drauf da, drauf da. Wow. Das ist der nächste Rekord für uns. Wir haben leider nicht viel, äh, wahnsinnig wenig eigentlich, von Erfahrungspunkten bekommen. Viertaus... Dreitausend oder irgendwie sowas. Das war nicht viel. Ich hab grad geguckt, wir haben hier irgendwie... Kann das sein, dass wir irgendwas bekommen haben oder so? Das stand nämlich irgendwas. Health können wir auch verbessern, aber das ist unwichtig. Brauchen wir nicht, weil wenn die zu unserem Turm durchkommen, dann ist eh alles vorbei. So, das war's für diese Folge. Russland ist auch damit erledigt. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal an, was als nächstes dran steht. Ich würde mich über die Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Battle Cats. Musik 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 Vielen Dank.